FACE CAM Yo, Tag zusammen! Es hat ungewohnt mit der Facecam. Aber es wird noch schlimmer. Und zwar, ich wollte euch Bescheid sagen, ihr habt bestimmt gemerkt, am Freitag kam kein Kenshi, kein Life of Saruman. Und das wird wahrscheinlich diese Woche auch nochmal so bleiben. Tut mir leid. Und zwar bin ich wieder im Umzug begriffen. Und das verschlingt im Moment so eine Menge Zeit. Und gerade Kenshi ist das Projekt, wo ich meistens mehrere Stunden aufnehme, um dann das Beste rauszusuchen. Und das ist halt sehr viel Arbeit. Und da komme ich im Moment nicht hinterher. Heute ist Montag. Und ihr habt heute kein Albion gesehen. Albion wird sich verschieben auf Dienstag. Also zumindest jetzt in der Woche. Und was am Dienstag ist, ist Mittwoch. Mittwoch ist Donnerstag. Alles rückt quasi einen Tag weiter. Sprich, ihr seht dann Albion Dienstag und LoL seht ihr Mittwoch und Freitag. Donnerstag ist dann Sternenschweif. Und am Wochenende lasse ich mir bestimmt auch nochmal einfallen. Nur als kurze Info. Ich will euch ja nicht im Dunkeln tappen lassen. Und ja, ich hoffe nach dem Umzug Ende Oktober, Anfang November, da geht's richtig rund. Dann rappelt's im Karton. Und ich hoffe ihr seid noch dabei. Und nehmt mir das jetzt hier nicht übel. Danke fürs Einschalten. Guckt euch doch um. Morgen gibt's Albion ganz fresh. Bis dann, macht's gut. Guckt euch mal gut. Guckt euch mal gut. Guckt euch mal gut. Guckt euch mal gut. Untertitelung des ZDF, 2020